Du weißt aber, vielleicht ist eine kleine Gruppe auch eine klügere Gruppe. Tja, seit wann soll das denn stimmen? Abgesehen davon müssen wir unserem Anführer den Rücken frei halten. Und vielleicht finden wir auch gleich ein Geschenk für Hühnchens Geburtstag. Du weißt ja, wie schwierig sich das oft gestaltet. Ich habe alle Märkte in der Nähe abgegrast. Sie will kein Bettchen, sie will keine Heudecke.